Ich werde jetzt in diesem Goldmann Tower irgendwo ein Streamingzimmer bauen, während wir Streams durchziehen können. Hier sind sehr viele Künstler, jeden Tag. Und ich werde versuchen jeden Tag zu streamen und diese Künstler vor die Kamera zu holen. Hauptsächlich werde ich, glaube ich, so eine Scheißerwarte und so oft reißen, aber wir holen. Aber sonst, Bruder, werden hier sexuelle Streams gleich losgehen. Ihr wisst, wie viele Dings ich aufgebaut habe, Studios. Ich baue das jetzt in 10 Sekunden auf. Und dann habe ich vor, so drei Shows hier zu machen mit diesen ganzen Leuten auch. Das wird auch jetzt passieren. Ja, es ist eigentlich soweit, Digga. Komplette Kurs. Heute, 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 heute... Holy Sh**, Trap Iftar, Digga. Trap Iftar. Ja, nur zwei Stunden... Verspätet, aber wir essen. Verspätet, aber wir essen. Es war nicht einfach, nein Wir sind auf Blobezeit Mein Werk ist Blobezeit Wir scheißen bis es klappt Euer Guero war ein Paradies für uns Ich wurde geboren in deinem Krieg Und es nahm uns die Vernunft Ich glaube, langsam wird es Zeit Nach Hause zu gehen Nach diversen Songs Meine Stimme ist weg Doch nicht Doch, eigentlich ist sie weg Ich werde jetzt pennen gehen Weil ich faste Aber ich werde um 13 Uhr aufwachen Auf Aron-Man-Basis Für Sorge Für Sorge Ja